Wir sind in der letzten Runde, meine Damen und Herren, und für Sebastian Vettel, er kommt jetzt hier. Und es sieht zwar aus, als ob wir einen vergangenen Tag haben, Sebastian Vettel, das sind momentan die ersten drei, kommen sie so auf den Ziel? Sebastian Vettel, 3e und für Sebastian Vettel. Und das ist ein congratulations, und das ist eine neue Viste für Sebastian Vettel. 3e Viste letzte Jahr für Sebastian Vettel. Die Verteidigung ist er zum Glück. Reikonel 2e für ein superbe Wettel. Die nache Saison, die für Luiz Zelle an. Rekardo 3e, Vettel 4e, und Carl Sainz, der Résiste, am Abelstattung, in der 7e und 8e. Einmal für Romain Grosjean. Sehr schön für Romain Grosjean. Einmal für Philippe Massa mit der Williams-19. Einmal für Magistecchina. Ihr werdet das. Ihr werdet das. Master Vettel in Monaco. Master Vettel in Monaco. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Danke, Leute. Danke, danke. Die Fahrt war sehr gut. Die zwei Lappen mit den alten Fahrten. Ich hatte alles, danke. Danke. Danke, Herr. Danke, Herr. Das ist das, was wir sagen. Ja, das waren die alten Fahrten. Das war die zwei Lappen mit den alten Fahrten. Das war das Geheimnis. So, gut zu Sebastian Vettel.